Guten Morgen, schönes verregnetes Wochenende, liebe Tücher von Böfi TV. Hier ist wieder Käse Mike und Bananen schon. Ausgeborgen vom Jens Schorschmidt aus Geringsweide. Das ist sein Bauchladen, schön ausgeschnitten. Seht ihr das? So, schön. Hier, passt genau rein. Ich wünsche morgen bei der Old Nacht in Schwarzenberg Bücher. Und zwar die Böfi Bierfibel, die Böfi Beziehungsfibel und die Böfi Autofibel frei bieten für 10 Euro. So werde ich morgen durch die Reihen gehen in Schwarzenberg, habe noch einen Schirm drüber. Und dann werde ich versuchen, die Bücher zu verkaufen. Jetzt wollen wir mal wissen, welches dieser Bücher wird jetzt von mir angetippt? Ja. So, war es das Gelbe, das Rote oder das Blaue? Das weiß, ruft die Telefonnummer an, die Lena, ich sage es. 0180577760. Das war das Rote. Das Rote war es. Das Rote, das Rote. Das hier, das hier hat er angetippt.